das war jetzt habe ich dir besser ausstochen da schießt irgend einer hier ich weiß nicht wo der war ich komme immer so dicht hier so die habe ich jetzt auch erwischt hier kommt hier nein noch einer und kommen ja gibt mir mal ein pfeil hier so jetzt keine truhe gucken na geh auf komische truhe hier sie hält nicht auf jetzt habe ich wollte er ist aber riesig der schlüssel gucken ob ich den jetzt hier rein kriege aber gar nicht so ja super da schon einer auch feile kann ich den rücken schließen lass mich in ruhe der kommt mir zu nahe hier wo ist denn der so jetzt aber feile her meine oh gott hier ist noch ein pfeil oh gott sie kommen den komme ich denn jetzt überall hin habe ich jetzt mal ein pfeil was ist denn das für einer hier 55 die selbe fünf dinge keine ahnung was das heißt holzbogen holzbogen naja gut steht wieder einer nein wollte ich nicht habe ich jetzt ich hatte doch ganz anderes werkzeug gehabt das jetzt schon wieder verloren was ist das für einer noch zwei stück auf einmal das kann ja nicht sein oder ne sind mehrere ach das kann ja nicht sein blödes gerät ey lass mich in ruhe jetzt ich schieße immer daneben hier bin ich gut so viel zwei stück auf einmal das ist jetzt richtig fies hier mal die warten schon richtig auf mich hier mache ich denn jetzt so den habe ich jetzt habe ich in der eierfass geschossen das gibt es da jetzt warum kriege ich denn den ist immer daneben jetzt habe ich jetzt hoffe ich mal dass die mich mal ein bisschen hier in ruhe lassen und ich müsste irgendwie mal was essen ich habe nämlich ganz schön rot und wir hoffen dass hier irgendwo was zu essen gibt und anstrengender kampf hier habe ich das jetzt weg geschnitte eingesackt aber das ist natürlich auch ein geiles teil dieser schlagstock hier will den schlagstock haben die kann man doch gar nicht ein schild kannst du dir mitnehmen aber da habe ich immer nur ein werkzeug keine ahnung oder ist ja schon voller blut das ist natürlich guter denn jetzt indem man mit zwar wie hier naja gut aber warum kann man also nur zwei teile einpacken verstehe ich nicht vorne kann man das auch nicht dran machen auch da sind schon wieder weg kann man ja auch von unten schießen jetzt kommen die hier hallo ich bin ja wieder hier na super kommen die alle wieder von vorne hier oder was ist noch einmal weg sind die denn jetzt kommt so nah hier aber ich muss schon vorher schießen hier oder hat den rücken eine gekriegt und ja nicht immer noch hallo da wärt ihr ab noch eine gute axt gehauen da hat doch schon pfeile alles drin stecken stopp denn wer hat den hammer genommen oder irgendwas müssen wieder auch tot sein da oben schießt wieder einer hier also von oben schießen ist echt scheiße was hat das das hat auch nicht mehr was ist denn wo muss ich denn jetzt überhaupt hier hin ich muss mir erstmal was zu essen hier irgendwo holen kann man die kommt man denn hier irgendwo oh gott das wird ja immer größer hier hat da oben ist noch was das kann ich einsacken ich höre hier irgendwo was nach da unten kommen sie schon bei der hier das ist ja schon da haben wir hier was machen die denn da auf dem boden oh der hat einen pfeil rücken im arsch rein gekriegt rüber machen ja wirft sie denn dann kommt doch auf einmal jetzt kommt jetzt hier immer noch ein leben hier sind sie jetzt weg sind sie jetzt um die ecke geräumt sind sie denn ich hör doch hier was kann ich jetzt hier mal in ruhe rein so jetzt bin ich mal nicht draufgegangen genau den habe ich jetzt hier so den pfeil nehme ich noch mal mit hier haben wir da drin das spitzhacken da will ich ja war nicht mit bekämpfen da gar keine chance hier jetzt bin ich hier unten angekommen glaube ich muss hier wo muss ich denn jetzt hier lang hier ist nur eine tür oh nein super jetzt habe ich wieder ein problem hallo der schießt auch mit drei so jetzt reicht jetzt wieder eine truhe hier ja das ist ja das ist ja eine kombination na super ich habe es aufgekriegt oh da ist aber eine geile waffe jetzt drin war nur eine waffe drin ich wollte aber die pfeile gerne haben hat der auch noch einen pfeil stecken gib doch mal her den pfeil hier oben da ist nichts oder das eine war alles eingestürzt na gut dann war das nur mit ruhe mit einem neuen werkzeug auch noch eine tür was die tasse bewegt sich was ist denn das hier wenn du komische kammer hier das hier eine absolute rumpelkammer da geht es ja gar nicht weiter oder muss man hier auch das regal weg schieben ne so das war das die tür dann muss ich mal die tür ausprobieren was hier nicht erwartet oder das wieder einmal mit dem los der hat aber jetzt ein bisschen spät reagiert der zombie oder skelett eine spitzhacke war nicht schlecht die spitzhacke 350 hat die normalerweise die spitzhacke besser ne die mal mit so was zu essen aber ich wollte die spitzhacke nicht ausholen in den faulen apel essen hier ist auch noch ein regal das vielleicht wegschieben ist ne da ist nichts hinter nehmen wir den apel noch mit ne so hier geht's noch ne hier geht's gar nicht mehr höher oder muss man hier das bett kaputt machen ne geht's weiter hier bin ich hier oben raus gekommen sind sie ach du händler ne da gehe ich jetzt doch mal kann man liefern was abschließen da kommen sie schon der springt bestimmt jetzt hier hoch oder nein ne toll sind die denn jetzt jetzt ne ich muss da den treffe ich doch gar nicht das ist zu weit weg wo ist denn der jetzt hin jetzt sind die ins haus oder was ach du im mini ich muss ja mal gucken hier die sind doch jetzt hier irgendwo oder stehen die hier vor der tür ne jetzt ach ich bin ja gar nicht raus gegangen jetzt bin ich aber durcheinander hier mit der tür also hier muss ich runter gehen sind stehen die bestimmt da oder ne ich baue muss ja wieder raus wo ist denn meine zack ich hatte ein spitzhaken hier war ich hallo kommen die hier zu mir jetzt kommt auch der eine fließt ja warte mal gucken vielleicht kommen die jetzt mal unten ich muss jetzt wieder runter gehen so zack so jetzt 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 kommen sie an hier ich kriege sie hier zack den habe ich schon mal ne der ist hin wo ist der andere wo ist der andere die sind doch nicht da ja komm der hat den abgewehrt das gibt schon nichts so jetzt aber ich brauche den Pfeil da hinten steht noch einer ich glaub ich hab mal was essen ne 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 hier war ich ja schon drin da war ja nichts zu essen hm wo kann ich denn was essen gehen gibt es denn hier was da ist ja eine warte ne ist es bares hier oder was das gibt es doch gar nicht ich muss mich da erstmal stärken hier hä wird das alles schon aufgegessen hier oder was war ich da schon mal drin ne hier gibt es nichts mehr doch hier sind noch äpfel naja zwei äpfel besser wie gar nichts ne doch hier ist noch ein stück käse eine ganze ecke käse drin schöner schimmeliger so jetzt müsste ich aber wieder grün haben ja ja da steht er da ja da steht er da ist denn da was ich werde hier geräuscheln da hinten muss ich bestimmt lang bei den da hinten steht auch wieder einer da wieder zurück glaub ich nicht auf was wartet der denn da das ist mit dem es kommen noch mehrere hier das kann ja nicht sein ich war doch eben gerade schon hier vorne abgeschossen zurück oder das tor ist doch zu da kommt nicht mehr aber von hier bin ich doch gekommen geht das wird wieder auf kann ich nicht einsagen ich bin zu voll dann habe ich noch genug weil jeder bei mir auf jeder her gekommen naja gut ich hier wieder weiter warum sie die jetzt wieder alle kommen dann krieg ich hier die krise hier geht es nicht hier oben war wo kommt das geräusch hier irgendwo kommt das komische geräusch jetzt noch eine tür hier war ich noch nicht ich greife nicht von hinten an da ist irgendwas hier gleich an wo das ist da drinnen gott ganz ein apple muss ich essen schon wieder das nächste gerippt hallo nahkampf ist scheiß mit feiern hier jetzt habe ich natürlich wieder sehe ich im moment nichts mehr hier weil schon wieder halb tot bin hier mal licht wie kann man nicht mitnehmen da ist jetzt wieder eine tür hier super ich brauche hier noch irgendwo was zu essen vielleicht liegt da hier noch was rum na wer sagt es auch ein stück käse hier liegen nur bücher rum war nur so ein kleiner snack hier hier bin ich auf dem balkon ganz oben war ich hier war ja nichts mehr ich habe mich richtig wütet na gut irgendwo muss ich hier was machen ich habe hier geholfen das ist auch eine tür aber hier kann ich hier hüpfen kann man hier drüber hüpfen ne da ist ja auch kein dynamite oder so da bin ich drinnen gewesen da bin ich auch schon einmal gewesen bekannt vor ich habe mal was zu essen geholt aber hier ist nur ein stück da bin ich nicht ganz umsonst hier drinnen da geht es da unten jetzt bin ich ja wieder hier oben ja hier irgendwo aber ich weiß nicht das ist so auch noch eine tür alles zugemauert da ist auch wieder eine tür ich kann sie tausend türen hier war ich da auch schon sicher da durcheinander ich bin dass der ort wieder des selben ort rennt hier das muss hier irgendwo hier da bin ich rein da ging es auch nicht da ist das schon richtig so voll ins auge rein jetzt hier her damit jetzt sind wir noch mehr oder auch noch ja ja jetzt ist natürlich da ist auch hier wo gehe ich am besten abaddon jetzt muss ich klettern weiter das habe ich aber auch hier noch nicht gab da hinten rum und dann muss ich hier wieder lang da wieder lang da wieder lang und dann stellt sich ab oder wie gott ist doch hoch hier was ist das kann man richtig runter gucken ja aber irgendwo muss das ja mal ein ende haben hier mit diesen oben komme ich doch gar nicht rein das gibt es doch gar nicht hier glaube ich jetzt bin ich jetzt mal einmal rumgelaufen mich da oben in das fenster rein ich darf jetzt nicht abstürzen dann wenn ich tut hier hier lang hier lang hier lang hier lang damit ich hier oben weiter kommen nein aber das muss ich doch nein jetzt bin ich ich habe gestört dass da noch bretter sind ja auch da sind welche na klasse na klasse sind die denn das ist natürlich jetzt erst genau das was hier gibt doch mal den pfeil hier kann man ja nicht anpacken und schmeißen na super jetzt muss ich hier auch noch lang oder was küss dich doch mal die ne ja was ist denn das hier für ein rück hier hier ist brot zum essen na super jetzt habe ich es runterfallen lassen man eine kleine stärkung ja das ist natürlich jetzt tolle wege hier die führen können überall hinführen hier lang krabbeln ja jetzt bin ich auf der anderen seite da schießt einer super und ich bin hier am weit schoßen so gut ne da habe ich doch getroffen da schießt er noch ach man da kommt ja von hinten an hier jetzt habe ich wieder das problem ich bin schon von hier kriegen nein jetzt stört sich ab jetzt habe ich keine oder was super warum habe ich denn keine freude mehr doch jetzt habe ich wieder da steht da wieder auf ich habe den noch schon getroffen jetzt warum hängt denn der jetzt fest hier das ist ja wirklich manchmal witzig hier naja gut na super das problem ist ich müsste erstmal was essen bevor ich da kämpfe hier so noch was noch rein hier zum essen ein apfel toll hier auch noch was drin ja das sind äpfel das hätte ich mal gleich machen sollen mal nachgucken wo hier äpfel sind ich gucke erstmal da in die tonne rein das kann doch jetzt ach man da kann man doch nicht mal in ruhe essen dann kommt ein scheiß jetzt bin ich am stress man kommen die wieder an hier ach da der hat immer ab das geripp ich muss die irgendwie von unten schon kriegen aber das kriege ich ja nicht jetzt nein ach man einmal nicht treffen dann ist kacke hier aber guck mal das sieht ja geil aus das hängt da halb tot jetzt muss ich ja echt mal aufpassen das ist ja nicht wieder so ein scheiß passiert hier der ist ja eben gerade aufgetaucht weil ich da die apple raus geholt hab ne ach da ist er wieder ach ich mach immer wieder den selffehler hier du jetzt aber jetzt bist du aber jetzt kommt der wieder hoch der ist gar nicht tot gegangen er hat noch einen arm hat er noch ach man was ist denn das die ist unscharf die axt oder was hier jetzt meine gute hier ach nein wo schießt denn der ich ich bin hier irgendwie blind ich sehe den schießen ich weiß nicht wo der schießt ach da oben der ist das wieder ach man na super das ich schaffe den stürze höchstens selber in die hier jetzt doch ich habe ja nicht wieder drauf gehen lebt er noch was macht denn der da an der mauer der zappelt ja noch rum hm ja wie ich muss aber hier irgendwie auch mal wieder runter kommen ne kann ja nicht runterspringen das war's dann oder was wenn ich jetzt hier runterspringe bin ich tot muss ich einen anderen weg geben hier da muss ich hier komplett runter laufen ich kann doch gar nicht sprechen ja oder muss ich hier runter ja das kommt schon eher hin so jetzt lege ich eine etasche tiefer hier da ist eine kerze ich weiß jetzt nicht von wo ich gekommen bin hier ne da war ich ja da bei dem tor wenn ich jetzt hier runter gehe bin ich da tot ne da bin ich ja wieder auf der anderen seite oder jetzt hier rein es geht gar nicht auf kann man die nehmen und aufmachen ne geht nicht aber das war doch schon der weg dahin man muss da weiter gehen da bin ich ja wieder raus hier hä da sind die gewesen wenn ich jetzt hier zurück gehe dann komme ich ja wieder komplett zurück oder hätte ich doch dahinten runter springen müssen dann wäre ich auch zu gut oder da muss ich jetzt wieder pflanzen nehmen oder was muss ja irgendwie da rüber würde nur mal gucken oh Gott das geklettert aber ey dann geht's dann fertig hier ist wieder hinten rum hätte ich denn da runterspringen müssen vielleicht ach man kann ich doch nicht mal die Mauer mehr rufen nochmal 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 da gibt es hier noch einen anderen Weg was ist denn da nicht mit lass ich jetzt nochmal gucken das sind Bretter davor ich mach mal alles ab ne also doch wand hoch oh Gott aber wenn ich da runterspringen dann bin ich doch tot ach jetzt kann ich wieder gehen anfangen da lang 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 da oben angekommen da ist ein brett jetzt kommen sie gleich bestimmt wieder um die erkenner dann kriege ich aber hier habe ich die selben gegner als wir da habe ja ich stehe gerade auf dem brett sowie mache ich das jetzt ich kann ja nicht hier runter springen muss aber hier irgendwie weitergehen muss da drüben auf die seite wo der kerl nicht da oder ich muss teuer und da springen wenn ich ja drüben dann bin ich tot na super nee verletzt bin ich nur nein ach man jetzt habe ich kein dings mehr kein bogen mehr na klasse jetzt bin ich am arsch ich muss doch mal ein bogen nehmen oh super jetzt habe ich meinen bogen verloren ja wo ist denn jetzt mein ne habe ich nicht mehr dann muss ich alle ausschließen na super ich müsste erstmal und mein weg na klasse ach jetzt gehe ich erstmal da rein ich muss die doch erst bekämpfen guck mich nicht so an ja ach schade dass mein boden weg ist jetzt hier das ist jetzt richtig kacke hier wo sind sie denn jetzt ach man sag doch dass du wie lange stehst hier komm so es ist der nächste da mann und noch einer hier so jetzt aber will ich aber hier mal jetzt kommt wieder einer ach mann nur viele hier ich krieg die krise hin ich brauche hier essbares zeug hier schafft die sonst nicht hier dann holen wir auf denn nein Ah, jetzt muss ich wieder rennen. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, ich muss hier weg. Ich muss noch ein bisschen erholen können hier. Ja, zwei Stück noch. Toll. Ich sterbe aber gleich hier. Dauere die ganze Zeit, bis ich hier wieder Energie kriege, wenn ich hier im Kreis laufe. Ja, zwei Stück noch.